Guten Abend und willkommen zurück zu War in the East 2. Ja, ein wenig ist's her, aber ich hab's euch versprochen, dieses Spiel kommt zurück, einfach weil es mich als Wargame so interessiert. Und warum kommt's zurück? Das hat zwei Gründe. Es gibt zum einen die Version 11 Beta, die hab ich hier installiert, mit ein paar Bugfixes, unter anderem auch im R-Command-Bereich. Und ich hab, oder beziehungsweise Europa Universalis 4 ist jetzt stabil genug, meines Erachtens nach, um es als Standard-Let's-Play aufzunehmen. Und deswegen spielen wir noch eine Runde War in the East 2. Wir spielen, wer hat's gedacht, die Sowjetunion, allerdings mit Road to Leningrad im Verteidigungsfall. Ich bin sehr gespannt. Ich hab uns in den Game Options einmal Movement Hog of War hier ausgemacht. Ich find das einfach realistischer, denn wir wissen ja, wie unser Territorium und unser Gelände ist. Und wir wissen, wenn's regnet, wo wir langfahren müssen und nicht. Das stell ich mir einfach schon realistischer vor. Hätte man wahrscheinlich auch machen können beim Original-Szenario, dann wär's aber für uns noch schwieriger geworden, weil die KI das natürlich in den Berechnungen mit eindezieht. Okay. Difficulty ist normal. Das bleibt auch so. Das ist, wie ihr seht, übrigens auch nur die zweite Stufe. Moral-Level. Das bezieht sich in dem Fall tatsächlich einfach darauf, dass die KI nicht wirklich besser wird, sondern dass die Kalkulationen anders ausgehen. Und normal ist eigentlich der Fall, wie die KI ohne irgendwelche Boni euch gegenüber am besten reagiert. Und wenn wir die schlagen, dann können wir gucken, dass wir vielleicht sogar mal ein bisschen höher gehen. Aber lasst uns nicht lang quatschen. Wir nehmen Road to Leningrad. Laden uns das Szenario. Das wird einmal für YouTube die Sowjetunion. Na. YouTube. Sowjetunion. Jetzt mach ich da sich jetzt aber auch noch mal ein paar Unterstriche. Und wenn ich jetzt auf OK drücke, dann wird das Spiel laden. Und dann geht's auch direkt mit dem Zug des Gegners los. Also, Obacht. So. Ich zoome direkt raus, dass wir vielleicht ein bisschen mehr sehen. Ja. Sehr gut. Ich denke, das ist OK. OK. Wir haben 600 Flugzeuge verloren. Das gucken wir uns gleich alles an. Er hat 60 verloren. Boah. Wie viele Einsätze er fliegt, ne? Wahnsinn. Naja, es werden aber nicht mehr. Das war der erste Tag. OK. Jetzt versucht er durchzubrechen. Und er beschießt wirklich die Infanterie. Das ist spannend. Also, gleiche Taktik wie bei uns. Können wir da noch ein bisschen näher ran? Ne. Er beschießt die Infanterie. Infanterie-Core. Noch ein Infanterie-Core da unten. Und jetzt hat er sich hier eine Lücke geschossen. Da macht er die noch weg. Und jetzt geht er schon weiter nach oben. Das ist ja spannend. OK. Hier geht er auch los. Hier versucht er auch, die Lücke zu schlagen. Schafft er. SS-Infanterie-Division. Passt. 50. Core. SS-Infanterie-Division. Jetzt geht er da oben. Jetzt hat er hier... Aber er macht da gar nichts, ne? Jetzt macht er die hier weg. Unsere Panzer ziehen sich dahin zurück. Mhm. Vielleicht steht da ein Hauptquartier. Ich bin mir nicht sicher. Ne. Ah, OK. Damit hat sie es erledigt. Sie ziehen sich da oben hin. Sie sind bis da oben gekommen. Das war aber die Motorisierte. OK. Mhm. Was war da? Motorisierte Totenkopf. Die kennen wir auch. Das war ein Anti-Panzer-Kanone sogar. Was haben wir da? Mechanisierte gegen eine Infanterie-Division. Wow. Da unten kommt jetzt noch eine Infanterie-Division. Da greift er auch an. Infanterie. Tanks gegen Infanterie. Auch weg. Panzer gegen Rifle. Hier geht er jetzt schon mit dem Panzer. Dann geht er da weiter. Panzer-Division. Airborne. Ja, genau wie wir. Bis hoch mit der Panzer. Mit den Panzern. Bis nach da oben hin. Das war's schon. Das ist ja interessant. Das ist echt interessant. OK. Das heißt, er ignoriert komplett die Versorgung in der ersten Runde. und hofft darauf, dass wir oder dass er vielleicht genug Munition findet oder durch Flugzeuge genug bekommt. Ich weiß es nicht. Das ist ja interessant. Er geht voll auf Angriff mit und er ignoriert komplett alles, was dazugehört. Das ist ja echt interessant. Was natürlich auch doof für uns ist. Jetzt haben wir natürlich ein Problem in der Airphase. Zeige ich euch gleich. Die machen wir heute noch. Wir gucken uns erst mal alles an. Und dann gucken wir uns die Airphase an. Das ist echt interessant, muss ich wirklich sagen. So, gucken wir mal an. Baltic Fleet Air Command. Mhm. Leningrader Command. Das bleibt auch da oben. Dann gibt es Nordweather Transport Group. Da gehen wir mal raus. Nicht sehr viele Flugzeuge. Was hat denn das Leningrader Air Command? Jagd 1. Jetzt muss ich ja mal gucken, was ist denn die Jagd 1? Die hat nur ein paar Kanonen drin. Das ist ein Fighter, okay. Was haben wir noch? Typ 24. Was ist denn Typ 24? Ilyushin 16. Da ist auch nichts drin. Das ist auch ein Fighter. SB 2 haben wir noch ein paar. Das ist ein Bomber. Damit könnten wir eventuell ein bisschen was machen. Hm. Also das ist echt spannend. So, was haben wir hier oben? Typ 24, Fighter, Bomber, DB 3B könnte... Da ist auch ein Bomber. Long Range Bomber sogar. Wow. Was für eine Range haben die denn? Was für eine Range haben die denn? Boah. Wir kommen bis nach Königsberg runter. Okay. Das ist ja krass. Da können wir nochmal gucken, was das Nordwestern hier macht. Beziehungsweise wo die anderen hier sind. Die sind IR 153. Was haben wir denn da drin? Das sind auch Fighter. Wir haben relativ viele Fighter-Typen. Das ist krass. Diese Produktionszusammenstriche, das kam eine MiG 13. Da müssen wir nochmal gucken. Kam wahrscheinlich erst später. Auch Fighter. Wow. In Riga. Erfüllen. Wie bitte? Oh Gott. Okay, also Luftversorgung können wir uns eigentlich abschminken. Wir haben aber ein bisschen was fürs Bombing. Ich würde tatsächlich sagen, von der Strategie für das Nordwestern Air Command, wir bombardieren. Wir haben hier keine Bomber, ne? Das ist auch wieder schlecht. Was sind das hier? 15 BIS. Waren das die Bomber? Ne. Ja, doch so. Oh Gott. Autoload viermal. Das kann man auch gleich vergessen. Vier Stück. Tja. Viele Optionen haben wir nicht. Ilyushin 16. Fighterbomber. Die haben da nicht mal Bomben drin. Das machen wir mal. Apply to all in the Soviet Air Force. Ja. Mhm. Dann gucken wir mal, dass wir... Tipp 24. Da schauen wir auch mal rein. Ja. Sehr gut. Da haben wir nämlich ein paar drin. Entschuldige bitte. Am Ende des Tages wird das hier so und so alles weg sein. Dann können wir dem letzten Tropfen Treibstoff, den wir haben, in dieser Runde auch gleich nochmal ein paar Bombenangriffe fliegen. Ja. Was soll's. Ich meine, wir kriegen die Flugzeuge hier nicht raus. Das steht fest, weil die Zugverbindungen hier unterbrochen sind. Dort und dort. Ähm, das heißt, wir können mit den Flugzeugen Bombenangriffe fliegen. Wir sind eh weg. Also von daher können wir die Flugzeuge auch in Sicherheit bringen. So. Okay. Dann gehen wir erstmal alles durch. Wir machen mal die Einheiten aus und gucken uns die Situation mal an. Wir haben hier unten eine Pocket hier und hier. Bei der hier, die können wir nicht verhindern. Die können wir auch, also da kommen wir auch nicht raus. Was wir machen könnten wäre, dass wir die Truppen, jetzt schauen wir mal, was wir da haben, eine Division und eine Panzerdivision, dass wir die hier hinziehen, die haben noch Bewegungspunkte. Ja. Die versuchen wir hier hinzuziehen und hier unter dem Fluss so eine kleine Verteidigungslinie aufzubauen. Vielleicht klappt das ja. Müssen wir mal sehen. Dann ärgern wir ihn hier auf jeden Fall. Die hier sind verloren, muss man ganz ehrlich sagen. Da werden wir versuchen, einfach mal anzugreifen. Die beiden sind, ah, okay. Okay, der hat auch nur sechs. Ah, das ist ärgerlich. Kriegen wir die hier irgendwie raus? Müssen wir gleich mal sehen. Also das wäre gut, wenn wir die hier vielleicht rauskriegen. Aber ich glaube nicht. Also ganz ehrlich, mit denen hier werden wir versuchen anzugreifen. Hier unten auch so viel Schaden zu machen wie möglich. Ähm, die sind verloren. Die hier ziehen wir hier oben hin. Was sind das? Ah, mit ihm könnten wir vielleicht hier hinstoßen. Wenn das klappt. Hier hin. Jetzt machen wir uns erstmal die Straßen an. Ah, da geht die Straße nicht weiter. Ah, Mist. Das heißt, wir müssten da hoch, hier hoch. Und da kommen wir nicht weiter. Hier ist die Kontrollzone. Okay, die kommen auch nicht mehr raus. Also auch da Angriff. Vielleicht können wir uns hier auch... Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht können wir uns auch hier im Wald verschanzen. Da auf dem Feld. Was haben wir denn hier für eine Fortification? Das wollte ich mir so und so noch angucken. Zwo. Da haben wir zwei. Das heißt, ihn ziehen wir nach da. Hier haben wir nichts. Die ziehen wir hier hin. Und geben APs für Fortification aus. Die ziehen wir nach da. Und machen da auch Fortification. Das bringt uns ein bisschen besseren Verteidigungswert. Und wir können... Oder wir sehen, dass wir dort... Ja, dass wir dann hoffentlich... Ein bisschen besser verteidigen, logischerweise. Und dass wir dann hier die Versorgung stören. Denn er hat im Moment keine durchgängige Versorgung. Wir sollten das... Nee, wir sollten das vielleicht wirklich anders machen. Wir stellen den nach dort. Und machen Fortification. Das machen wir. Ah, wir müssten ihn... Ah, wir müssten... Hm. Wir gucken mal, ob wir da irgendwo noch was hinkriegen. Das wäre super. Wenn wir hier an dem Bein Knoten punkten. Wenn wir die so lange wie möglich halten. Idealerweise ihn und ihn. Denn dann stören wir die effektiv, die deutsche Versorgung. Und dann ziehen wir uns hier auf diesen Knotenpunkt zurück. Mit unseren Truppen. Und versuchen das da auch zu halten. Denn dann stören wir nämlich an allen Knotenpunkten eine Runde länger die deutsche Versorgung. Sodass er nur über die Luft versorgen kann. Okay, sehr gut. Wir gucken mal, was wir noch so haben. Also... Toggle Units Isolated Mode. Ja, ist glaube ich klar. Die sind isoliert. Damit werden wir nichts mehr ausrichten können. Wir müssen also versuchen, mit denen so viel Schaden wie möglich zu machen in unserer Runde. Und ich denke... Indem wir sie auf die Knotenpunkte stellen. Und effektiv vielleicht eine Runde länger die Versorgung stören. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Dann ist das maximaler Schaden. Okay, dazu werden wir Potification nutzen. Das Gelände hier ist natürlich auch semi gut. Hier vorne. Wir gucken mal, was wir hier haben. Das ist auch nicht wirklich viel besser. Average Roads. Poor Roads. Das müsste... Das ist Lightwoods. Swamp. Das ist Clear. Okay. Das auch. Ah, das ist schade. Was ist hier? Auch Clear. An dem Punkt ist es egal. Dann kann er nämlich hier rum. Wenn wir uns... Wir gucken, ob wir uns vielleicht da hinstellen. Das ist Sumpf. Das ist im Sumpf eingraben, wenn wir das schaffen. Dahin. Der ist noch gut. Wir könnten aber... ...uns hier hinter dem Fluss in den Wald stellen. Dahin. Ja. Und dann müssen wir uns da reinstellen, damit wir den Knotenpunkt auch machen. Okay, also den Knotenpunkt. Den Knotenpunkt und den Knotenpunkt. Ich habe uns mal den Stift geöffnet. Dann werden wir das mal markieren. Mit einmal mit Rot bitte, dass wir uns das auch merken. Moment, 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 Stopp, Stopp. Zum Thema merken, was wir hier am Ende machen wollen. Ich zoome mal ein bisschen raus. Und dann gucken wir mal, dass wir uns das jetzt wirklich mal markieren und dann abspeichern, was wir hier machen wollen. Okay, dann wollen wir das mal machen. Und wir kümmern uns... Ja, ist die Frage darum. Genau. Ja, einmal da hin. Da um den Punkt. Den Punkt. Dann gucken wir, dass wir... Na ja, vorne ist es... ...den hier. Jetzt machen wir mal die Einheiten gleich nochmal an. Okay. Ah, verdammt. Entschuldigt bitte. Den, 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 ja. Hier ist es egal, da können wir auch dastehen bleiben. Ich denke, das speichere ich mir mal ab. Und dann gucken wir in der nächsten Folge mal, dass wir uns dort möglichst viel Schaden machen. Okay, wunderbar. So. Haben wir in die Einheiten geguckt? Hier oben können wir nicht viel machen. Der hat auch nicht viel Bewegungspunkte. Der kommt dann nicht mehr raus. Die beiden HQs auch nicht. Der auch nicht. Die sind verloren. Das heißt, wir können gucken, dass wir mit denen hier unten möglichst viel Schaden noch machen. Okay, so. Supply Priority. Ja, gut. Wir gucken gleich, ob wir im... Ich schreibe mir das mal auf. Ground Support, ob wir das anhaben. Aber so viel werden wir nicht machen da. Oder werden wir da nicht machen können. Ich meine, wir haben nur hier dieses kleine Support-Command. Also von daher... Okay. Effekt für Relocation. Gucken wir uns auch mal an. Hier im Moment geht nichts Wichtiges verloren. Hier vorne... Auch nicht. Dort auch nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich hier. Da geht uns Treibstoff verloren. Ansonsten... Die anderen sind relativ weit weg. Da geht uns Manpower verloren. Klar, das ist doof. Aber... Das ist... Das ist okay. 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 Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Situation hier. Okay. Ich denke, hiermit sind wir durch. So. Informations-Screens. Gucken wir uns mal an, wie die Luftwaffe aufgebaut ist. Nicht gut. Northwestern-Front ist dort. Gott, die sind ja überall verteilt. Leningrad-Front. Oh Mann. Leningrad-Front werden wir maximal bis hier ziehen. 22. Army. Okay. Hat hier gar nichts. Ja, also... Okay. Das können wir ignorieren. 21. Mechanische Core hat auch nichts. Okay. Die kommen vielleicht noch was. Das hilft. Northwestern-Front werden wir versuchen bis hier zu ziehen. So in dem Bereich. Und die andere, die Leningrader, werden wir hier lang ziehen, dass wir das ein bisschen strukturierter haben. Okay. Gut. Verluste. Oh Gott. Gucken wir mal hier hin. Das sind Jäger gewesen. Jäger, Jäger. Bomber haben wir eine Menge verloren. Jäger, Jäger. AR-2. Was ist denn... Lass uns mal schucken, was der SB-2 ist. Hatte ich hier, glaube... Hatten wir hier auch, glaube ich, ein paar. AR-2 haben wir da auch. Gucken wir mal. Ah, schade. Das ist ein Level-Bomber. Schade. SB-2 Level-Bomber. Ah, das ist schade. Gibt es noch R5. Recon. Und Lead-2. Transporter. Ah, ein Riga. Ne, Tartu. Wo ist denn Tartu? Ah, das ist ärgerlich. Da oben. Oh, das ist gut. Das heißt, wir können tatsächlich unsere Truppen versorgen. Ja. Schreibe ich mir mal auf. Also, Truppenversorgung ist also grundsätzlich möglich. Das ist gut. Gut. Das heißt, wir haben hier... Oh, das ist sehr ärgerlich. Wir haben... Boah, wir haben fast 500 Bomber verloren. Boah, das ist Mist. Das senkt unsere Schlagkraft massiv. Muss man ganz klar sagen. Schade, schade. So, das kennen wir. Ah, das ist ärgerlich. Okay. Das ist Produktion. Das gucken wir uns ein anderes Mal an. So, Verluste. Victory Points. Sieht gut aus. Das auch. Ja, beziehungsweise... Es sieht doof aus. Aber okay, wir können es nicht ändern. Manpower. Ah, das ist ärgerlich. Die haben sogar mehr Manpower als wir. Gans haben wir ein paar mehr. Wir haben auch keine Leute, die diese bedienen können. Gepanzerte. Sind wir noch besser? Ja, aber wir haben im Prinzip genau die gleichen Probleme. Noch, noch wie sie. Wenn wir uns mal angucken, was wir verloren haben, dann sind wir in Ground Luxus. Siehst du, da haben wir noch gar nicht reingeguckt. Wir haben sehr viele Geschütze verloren. Aber auch T26. Wir können mal gucken. da sind T26 drin. Okay, da können wir jetzt gerade nicht rein, weil wir im R sind. Das können wir gleich mal schauen. Aber die sind relativ, die sind relativ schwach. Also, da können Sie sich drauf verlassen. Okay, das Thema ist Produktion. Das sollte grundsätzlich erst trotzdem besser sein. Ja. Okay. Da sind wir überall drüber. Resource Store. Tatsächlich, da sind die tatsächlich sogar besser. Manpower Pool. Okay, da sind wir besser. Okay. Das können wir nicht so, das können wir nicht wirklich ändern. Das sieht aber gut aus. Wetter. Wie sieht das Wetter aus? Haben wir nächste, in der nächsten Runde vielleicht Glück? Nee. Kein Regen, nix. sauberes Wetter. Schade. Schade, schade. Okay, jetzt ist, das ist im Prinzip am wichtigsten, das Reinforcement. Da müssen wir uns jetzt auch noch mal ein paar Minuten mit beschäftigen. Turn 1. Haben wir welche bekommen? Wo sind die gewesen? da unten? Ah. Okay, jetzt erklärt sich auch tatsächlich das Thema, was wir in dem letzten Let's Play hatten. Es ist also so, dass das wirklich festgelegt ist, als Nachschubpunkt. Das ist natürlich, ist natürlich cool für die, muss man sagen. Das ist der gleiche, wo es ist, was ist da? Ach, das ist hier unten. Ah, okay, das heißt, die sind auch neu. das ist ja ärgerlich. Okay, das heißt, da und da haben wir Verstärkung bekommen. In der nächsten Runde kommt ein Anti-Tank-Regiment, Rifle, 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 okay. Das kommt an, ungefähr in der gleichen Position immer. Was ist das? Oh Gott, das ist ja, das ist ja wirklich ganz weit weg. und Lening, oh Gott. Okay, puh, das ist doof. Runde 3. 197, 102, 195, das wird alles in Leningrad sein. 102, 129 ist da. Und das ist, oh Gott. der wirklich ganz weit weg. Okay, wie sieht es ansonsten aus? Turn 4, da steht es noch nicht ganz fest, aber ihr seht übrigens auch, wie viel unglaublich, unglaubliche Verstärkung wir bekommen. Wir müssen also in den ersten zwei Runden mehr oder weniger mit dem auskommen, was wir haben. Da müssen wir sie so aufhalten und gute Strategien entwickeln. In den nächsten Runden kriegen wir Verstärkung. Da sind wir irgendwann überlegen. Ja? Aber bis dahin müssen wir mit auskommen, was wir haben. Okay. Commands Report. Einen kurzen Blick rein. Units. Moral. Oh Gott. Oh Gott. Die besten Einheiten sind bei 56. Ach du Feimkleister. Oh Gott. Wie sieht es mit der Preparation aus? 4 ist das Beste. Ach du grüne 9. Wie soll ich denn da... Ich meine, das geht ja direkt mit ein. Wer wundert das, dass die uns alle überrennen. Ja? Wenn wir hier 0 haben und das hier mit einer Multiplikation direkt eingeht, 0 mal irgendwas ist 0. Ich kenne die Formel nicht 100%, aber das... Oh. Wir gucken uns mal die Rifle Division an. Okay, er hat 1. Wahrscheinlich ist es eine Kalkulation aller 0 mal bestimmte Faktoren plus 1, damit du eine Grund... damit du wenigstens eine Grundstärke hast. Oh Mann ey. Aber das spiegelt die Situation leider Gottes sehr genau wieder. Die haben damals natürlich die Russen völlig überrascht. Ja? Die haben sich gerade die Hose angezogen im wahrsten Sinne des Wortes und plötzlich steht dir der deutsche Panzer gegenüber. Da kannst du nichts machen, ne? Das... Deswegen ist die Readiness hier 0. Deswegen übrigens finde ich War on the East Side 2 ganz gut, weil das ja einer der neuen Funktionen hier ist. Spiegelt das Ganze leider sehr gut wieder. Okay. Gut. Oder auch nicht. Gucken wir nochmal beim Supplier, ob es das wenigstens halbwegs aus ist. Ja, das sieht so halbwegs gut aus. Klar. Die sind ein bisschen schlecht versorgt. Aber das sieht... Ich meine, das sieht noch gut aus. Wenn ich mir überlege, dass wir hier bei 0 sind, dann machen die 80 da auch nicht mehr sehr viel aus. Juhl. Ja, das sieht... Oh ja, das sieht auch gut aus. Das sind wahrscheinlich die Divisionen, die da hinten irgendwo stehen. Ja, genau. Okay, das sieht gut aus. Mhm. Wie viel zum Schießen haben wir? Na, guck. Okay, unter 70 gucken wir mal. Das sind mit Sicherheit auch die... Ja, das sind alle die, die hier drin stehen. Okay, alles klar. Aber selbst da sieht es noch gut aus. Also da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Versorgung und so sieht gut aus. Rifle Division, wo stehen die? Ja, genau. Das sind alle die, die hier drin stehen. Das ist natürlich doof, aber das können wir leider nicht ändern. Ja, also das ist... Ist so, wie es ist. Okay. Das brauchen wir nicht. Gut, dann machen wir jetzt die Air Phase. Machen erstmal die normale Airplanung. Zack. Mhm, da macht er nicht so viel. Nordwestern Air Command. Da möchte ich gerne einmal Ground Support Air Directive. Nee, ich möchte einmal Ground Attack machen tatsächlich. Ja. Einmal hier rein. mittig. Zack. Und dann schön groß. Ich meine, die Flugzeuge sind eh alle weg. Ja. Die können wir, da können wir auch, da können wir auch bombardieren. Dann machen wir noch neun vielleicht. Komm, wir machen zehn. Machen die im kompletten Bereich. Und Hex machen wir nach da. Okay. Ein bisschen weiter in den Süden. Vielleicht noch da. Ja, das ist gut. Sehr gut. Okay. Interdict und Unit. Wir machen, ja, wir machen nur Interdict. So. Wir bombardieren hier alles kontinuierlich. Machen die Intensität auf hoch. Confirm. Ja, wie gesagt, die sind alle weg. Die sind eh alle weg. Ja, wenn sie in der nächsten Runde überrennen. Dann können wir auch nochmal ordentlich bombardieren. Ansonsten gucken wir mal, was wir hier noch drin haben an Befehlen. Support, Attack und Support. Okay. Da haben wir wahrscheinlich die Northwestern. Da sind die, die Ground Supports drin. Ja, das passt. Okay. Ja, oder auch nicht. Dann werden wir das mal durchführen und dann gucken wir uns nochmal kurz die Planung an. Ja. Einmal raus, bitte. Ich hoffe, dass wir da irgendwas schaffen. Verluste Operational. Durchflag nur vier. Ist egal. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwas bringt. Okay. Wir haben 65 verloren. Oh. Wow. Das hat ja richtig was gebracht. Guckt euch das mal an. Wir haben ein richtig viel Interdict erzeugt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist schon mal, das ist ein wichtiger Schritt gewesen. Jetzt muss ich nur nochmal ganz kurz den Interdict finden. Da gab es ein Button für. Okay. Suche ich nochmal raus. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne nochmal. Da ist er. Alles klar. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Hier ist ein bisschen was. Da. Aber die haben tatsächlich, wir haben relativ viel Interdict erzeugt. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Okay. Da auch. Wunderbar. Das ist richtig gut. Das ist gut. Das hat uns vielleicht, vielleicht was gebracht. Also. Hier unten den Teil haben wir. Ansonsten würde ich hier übrigens sagen, wir machen tatsächlich die Strategie, die auch die Deutschen hatten. Das machen wir mal alles weg. Jetzt nehmen wir uns die nächsten Striche. Wir machen einmal hier dicht. An dem Fluss darunter. Das möchte ich gerne halten. Das ist nämlich auch ein Fluss. Und einmal dort. Ich glaube, der Bereich ist verloren. Und wir haben die oder die Deutschen wurden hier tatsächlich, also sie wurden eigentlich historisch gesehen. Ich mache das historische mal in grün. War es ungefähr hier. Da wurden sie historisch sehr lange aufgehalten. Das könnten wir auch sehen, indem wir die die Historic Dates anmachen. Das erspare ich uns jetzt mal. Das geht auf jeden Fall. Ich würde aber versuchen, sie hier aufzuhalten. Denn wir müssen sie hier mindestens eine Runde stoppen. Und die ganze Verstärkung, die wir kriegen, die packen wir hier hin, dass wir eine zweite Linie schaffen, die wir hier hin machen und dann darunter als historische Linie. Das heißt, das ist, wir schreiben es vielleicht mal hin, so der grobe Plan. Wo haben wir den Text, 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 Text. Einmal da. Zack. Einmal mit Rot. Das ist für mich Turn 1. Und das da oben ist für mich so grob. Ich hoffe, dass wir so ab 3 bis 4 dazu in der Lage sind, das dort zu verteidigen. So, dann machen wir uns davon auch ein Screenshot. Ja, ich bin sehr gespannt. Okay, ich denke, für die Planung in der Folge 0 haben wir jetzt genug gemacht. In der nächsten Runde geht es los mit der Ausführung und dann dem Rundenübergang und dann sehen wir mal, wie es aussieht mit unserer ersten Runde. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Let's Play. Mir auch. Ich würde mich über viele Kommentare freuen, damit wir hier gemeinsam Leningrad gegen die deutschen Invasoren verteidigen können. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, ob wir das hinkriegen. Denn wir haben gesehen, es funktioniert definitiv und man kann das hier gewinnen. Macht's gut. Bis morgen. Euer Strategienhör. Ciao, ciao.